Sie kennen bereits Notizbücher, Abschnitte, Seiten und Unterseiten sowie die einzelnen Notizen und möchten jetzt ein neues Notizbuch erstellen und dieses lokal oder in der Cloud ablegen? Kein Problem, in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie ein neues Notizbuch erstellen. Klicken Sie dazu im Register Datei auf Neu. Hier können Sie nun entweder auf OneDrive oder lokal auf Ihrem PC ein neues Notizbuch erstellen. Um lokal ein Notizbuch zu erstellen, klicken Sie nun auf Dieser PC. Tragen Sie hier nun den Namen des neuen Notizbuchs ein und klicken Sie auf Notizbuch erstellen. Das neue Notizbuch wird nun mit einem neuen Abschnitt angezeigt. Um ein Notizbuch in OneDrive zu erstellen, wechseln Sie ins Register Datei und klicken Sie erneut auf Neu. Klicken Sie nun auf OneDrive persönlich und tragen Sie im Feld Notizbuchname den Namen des neuen Notizbuchs ein. und klicken Sie jetzt wieder auf Notizbuch erstellen. Möchten Sie Ihr Notizbuch für andere Personen freigeben, klicken Sie auf Personen einladen, andernfalls auf Jetzt nicht. Klicken Sie jetzt auf Personen einladen, um eine Freigabe zu erteilen. Tragen Sie hier den Namen oder die E-Mail-Adresse der Person ein, der Sie eine Freigabe erteilen möchten. Klicken Sie nun hier und wählen Sie aus, ob die Person Inhalte bearbeiten und ergänzen kann oder nur anzeigen kann. Tragen Sie gegebenenfalls hier noch eine persönliche Nachricht ein und klicken Sie gegebenenfalls hier, um festzulegen, dass der Benutzer sich vor dem Zugriff mit seinem Microsoft-Konto anmelden muss. Klicken Sie abschließend noch auf Freigeben, um die Freigabe zu erteilen. Wie Sie hier sehen können, wurde der Inhalt für eine weitere Person freigegeben. . ? ? ? ?